Die nun folgende Aufführung beschreibt einen Lebensprozess. Es werden immer wieder Verbindungen zwischen in der Höhe hängenden Ortexen und unserem Standort hier unten auf dem Boden hergestellt. Die Ebenen des Himmels und der Erde. Blaue Perlen leben neben Kisten aus Holz. Symbole des Beginns und des Endes. Dem Alpha und dem Omega. Beide verlaufen parallel zu unseren Aktionen. Rauch verbindet beide Ebenen und Musik begleitet die Lebensstation. Wellen aus Wind und materielle Kunststücke fließen. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. ZOOM Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. Gehoben, ah, gehoben, Grund der Erde. Abgehoben von der Erde schwebe ich in dir, schwebe ich in dir. Abgehoben von der Erde schwebe ich in dir, schwebe ich in dir. Gehoben von der Erde schwebe ich in dir, schwebe ich in dir. Schatten sitzen und beobachte ich zwei kleine Dürbbel born im Lein. Sie stehen allein mit schweren Gedanken an die Zukunft. Gehoben von der Erde schwebe ich in dir, schwebe ich in dir. Aus der Tiefe der Rhymne schlägt das Rauschen in dir. Takt für Takt singen darüber die Melodie sanft. Jenen klang, der verstreicht unterdringt die Chore singt. Denn die Erde pernicht, Himmelsgeist, schwebe ich in dir, schwebe ich in dir. Schwebe ich in dir, schwebe ich in dir. Abgehoben von der Erde schwebe ich in dir, schwebe ich in dir. Abgehoben von der Erde schwebe ich in dir. Abgehoben von der Erde schwebe ich in dir, schwebe ich in dir, schwebe ich in dir, schwebe ich in dir, schwebe ich in dir. Wir hatten in dir, schwebe ich in dir.